Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich befinde mich heute wieder einmal in Oppum, insbesondere auf der Herbertstraße, wo hier die Wohnstätte mit dem bezahlbaren Wohnen sozusagen seine Schritte voranschreitet. Hinter mir seht ihr eine Baustelle aktuell, wo ganz groß drauf steht, bezahlbares Wohnen. Das ist auch unser Motto für Oppum und Linn. Auf der anderen Seite sehen wir schon fertige Objekte, wo schon Menschen drin wohnen. Im Rückraum hinter mir seht ihr halt sozusagen ein Neubauprojekt, was gestartet, organisiert, durchgeführt worden ist von der Wohnstätte und dann an die privaten Menschen übergeben worden sind. Familien, junge Familien haben dort ihr neues Zuhause gefunden, haben in Oppum ein Zuhause gefunden und sozusagen auch diese Projekte weiter mitgestaltet. Ein besonderer Augenmerk muss man ganz klar auf die Wohnstätte Krefeld richten. Von über 9000 Objekten, die sie zur Verfügung haben, sind 25 Prozent in Oppum und Linn. Also ein großer Anteil in diesen Stadtteilen, in diesen beiden Stadtteilen. Ich war sehr, sehr froh darüber. In dem Zug kann man nur sagen, Oppum geht besser gemeinsam. Vielen Dank.